2020 ist ein Jahr voller Veränderungen, Angst, Unsicherheit und Wut auf Menschen, die nicht im Sinn des einen oder anderen gehandelt haben. Das Wort «Glauben» hat auf einmal ganz andere Stellenwert bekommen. An seinen Zielen zu glauben ist auf einmal nicht mehr so einfach, weil wir von aussen mehr beeinflusst werden, als uns lieb ist. Ich habe mich weggefunden über Dankbarkeit, dankbar zu sein für das, was man hat. Die neun Lebensregeln, nach denen, wo ich lebe. Meine zehn Stärken, dass ich mir denen immer wieder bewusst werde und zum Schluss an meinen Zielen zu glauben. Mit der Zeit wird die Zeit immer wichtiger. Darum nehmen wir uns Zeit zum Arbeiten, Zeit zum Sein, Zeit für die Familie, Freunde und Zeit für die Gesellschaft. An dieser Stelle wünschen wir euch von ganzem Herzen eine gesegnete Weihnacht in 2021. Ganz viel Erfolg und Gesundheit. Euer Familienbetrieb für mehr Lebensqualität. Mein Name ist Markus Gerber. Bis zum nächsten Mal. BINDNESS BINDNESS Untertitelung des ZDF, 2020